Ich bin Ognienka, ich bin 28 Jahre alt. Seit 1. Juli 2020 bin ich im Klinikum Ingolstadt als OP-Schwester eingestellt. Ich bin meistens in allgemeiner und viszeraler Chirurgie mit Thorax auch. Ich habe schon immer Interesse an der Medizin gehabt. Damals habe ich mich für OP entschieden, weil immer wenn ich in einem Krankenhaus war, habe ich immer diesen Schild gesehen, wo steht OP-Bereich, nicht betreten, betreten verboten. Da habe ich mich immer gefragt, was machen jetzt diese Leute da rein. Teamarbeit ist das Wichtigste hier in Mokwe, sage ich jetzt. Wenn ich weiß, dass ich heute ein Teil des Teams war, wo wir ein Leben gerettet haben oder wenn ich mit meinem Beruf Menschen helfen kann, dann finde ich schon, ich habe schon was Gutes gemacht.